ja leute last but not least sind wir beim masterpiece der interzoo last but not least von masterpiece was habt ihr euch dabei gedacht so was hier hinzustellen ja was haben uns dabei gedacht also eigentlich war es so dass das feedback von der letzten interzoo also allgemein sehr viele leute so traurig waren dass das dass die jong nicht da war mit dem großen becken was ja über jahrzehnte dann auch immer sehr viel aufmerksamkeit bekommen hat und ich habe mich ein bisschen herausgefordert okay wenn alle nach schreien da müssen wir doch irgendwas besonderes bauen und ich fand eigentlich dass wir letztes mal auch schon was besonderes hatten aber das ist dann doch noch mal eine andere nummer geringfügig geringfügig jetzt sind wir dann irgendwie bei so 6000 liter aquarium angekommen wahnsinn erzähl mal ein kleines bisschen drüber wann stärken et cetera so 6000 liter haben wir ja 6000 liter drei meter lang ein meter 50 tief von einem meter 45 hoch front und rückwand aus 75 millimeter plexiglas rahmenlos gebaut also als pool becken sozusagen daher auch natürlich diese materialstärke die dann tatsächlich auch statisch benötigt wird ja ist jetzt keine schau sozusagen westafrika aquarium mit unserem superstar dem kalippo hier vorne auf jeden fall ein wunderschönes tier finde ich auch ja ist der größte süßwasser kugelfisch also die art die es gibt kommt aus dem congo river also westafrika die restlichen tiere auch fische auch pflanzen nur teilweise afrika ja wir haben hier zwölf kessel 360 drüber wir haben zwei rückförderpumpen ich weiß willst du gleich noch den habe ich schon gemacht okay also ich kann es separat einblenden okay gut wir haben zwei rückförderpumpen vom alex dabei eine strömungspumpe vom alex die afc 150 da drin die allerdings gerade auch nur bei 15 prozent läuft ansonsten würdest du wahrscheinlich anfangen die pflanzen vom von den bäumen zu schälen das glaube ich jetzt noch nicht mal aber dass wenn sie auf 100 prozent laufen lassen würde dann wäre ja sehr viel mehr los ein bisschen mehr action drin genau ist aber nicht notwendig ja wir haben vc also ein bisschen biologische mechanische filtrationen uvc lampe und eine heizung und das ist eigentlich alles sehr sehr simpel aufgebaut natürlich ein großes volumen erschaffen dass auch eine angenehme arbeitszüge steht dann hinten auf dem podest drauf ja also das ganze becken als podest oder dieser galgen da oben den kann man hier noch mal abnehmen und hier vorne ist ja noch mal das ist eigentlich dreiteilig aber unsere unser plan war es und ist es halt das ganze an einem stück dann rein zu oder wieder abzubauen auch mal mit dem stapler runterfahren und dann geht es wieder ab also jetzt gleich wird abgebaut aber wir machen das ganze in ruhe weil da ist es gleich richten sowieso chaos aus hier das bringt ja nichts also wir machen das dann morgen ach so ja cool ja aber da habt ihr euch wirklich ein richtig geiles teil hier hingestellt wir haben mir gefällt also die reaktionen sind natürlich super das ist wahnsinnig auch allgemein das haben sich sehr viele leute bedankt dass wir der unserem hobby oder unserem geschäft aus der aquaristik einen großen gefallen damit getan haben und das war auch das ziel ja super klasse ja und sonst allgemein davon habt ihr noch einen kleinen kann hier haben noch einen kleinen tank da stehen der geht ziemlich unter neben dem hier ist natürlich denkt er da ein bisschen gegen an aber ist auch normal das ist wieder so ein bisschen industrial look 50 35 35 mehr wasser wir haben da hast du die beiden fische gesehen ich habe da was drin schwimmen sehen ja ganz besondere fische sind zwei angene fische drin die man eigentlich also man nicht erahnt sozusagen wenn man nicht genau wie guckt gab ja schaue ich noch mal genau hin werde ich gleich noch mal versuchen ja ok ja super ok vielen lieben dank sehr gerne hat es gerne und wir sehen uns dann tschüss 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 tschüss